Ein herzliches Willkommen an alle Ärzte und Ärztinnen, an alle Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Wunderbar, dass du hier bist und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, weil du deinen Kundinnen, deinen Patientinnen den Säurebasenhaushalt empfehlen möchtest. Der Säurebasenhaushalt ist die Voraussetzung für unsere Gesundheit. Und jede Erkrankung kommt mit einer Übersäuerung einher. Ich habe die Acidose-Therapie nach Dr. Renate Collier gelernt und beschäftige mich aber nun schon seit insgesamt 20 Jahren mit dem Säurebasenhaushalt. Insofern freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Ich spreche oft mit Ärzten und Heilpraktikern, die sagen, ich möchte so gerne was Gutes empfehlen, aber ich kenne mich nicht genug damit aus, wie die Ernährung wirklich ist. Aber sie wissen natürlich aus ihrer Ausbildung, dass der Säurebasenhaushalt ganz wichtig ist. Insofern möchte ich dir hier an dieser Stelle ein Angebot machen. Vielleicht bist du schon überzeugt davon, dass der Säurebasenhaushalt richtig ist und dass es wirkt, hast vielleicht schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. Und du hast vielleicht auch schon einen längeren Zeitraum mich beobachtet und geguckt, wie ich das Ganze anbiete und umsetze. Wenn du sicher bist, dass du meine Arbeit empfehlen möchtest, kannst du dich jetzt hier gleich zu meinem Partnerprogramm anmelden. Wenn du aber sagst, ich kenne mich noch nicht so gut aus und außerdem empfehle ich nicht so gerne Dinge, die ich nicht selbst ausprobiert habe, dann lade ich dich jetzt zur Teilnahme ein. Ich biete dir an, zu einem geringeren, reduzierten Preis an meinem Programm teilzunehmen. Inhalt dieses Programmes ist zum einen ein Online-Programm mit bestehenden Videos, Texten, und Informationen, die dauerhaft dort zur Verfügung stehen, weil ich es ganz wichtig finde, dass man immer noch mal nachschauen kann. Und zusätzlich gibt es eine persönliche Begleitung. Das ist mir wichtig, dass alle Fragen sofort gestellt werden können, dass wir immer gleich schauen, wie setze ich das um? Kommen die Menschen, denen ich sage, verzichte auf Zucker, kommen sie in ein Mangelgefühl? Oder können sie das gut emotional tragen, diese Veränderung, weil sie für sich in einem Gefühl sind davon, dass sie in einer guten Veränderung sind? Wenn du also dieses Programm testen möchtest, dann melde dich an für den Tester. Beide Optionen findest du hier drunter. Ich beschreibe es dir auch noch mal unter dem Video, sodass du genau entscheiden kannst, was für dich richtig ist. Es gleich zu empfehlen oder zunächst einmal selber zu erfahren, was es bedeutet, den Säurebasenhaushalt wieder in die Balance zu bringen. Ich freue mich über deine Anmeldung und ich freue mich, dass wir ab jetzt partnerschaftlich den Weg zusammengehen, deine Kunden, deine Patienten in ein basisches Leben zu begleiten und zu führen. Ich freue mich über die Anmeldung.